Warum du dir die American Express Platinum Kreditkarte als Startup näher anschauen solltest, erfährst du in der heutigen Folge, also bleib dran. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns die American Express Platinum Business Kreditkarte näher an und warum die für dich als Startup durchaus interessant sein könnte. Also lass uns loslegen. Die Amex Platinum Business Kreditkarte, die gibt es ja schon eine ganze Weile, aber jetzt hat es kürzlich eine Neuerung gegeben, sprich ein Update. Update in zwei Richtungen, einmal am Preis und aber einmal auch von den Leistungen. Ob die Leistungen für dich passen, das musst du für dich individuell schauen, aber ich versuche dir hier nochmal die neuesten Leistungen aufzuzeigen und die könnten für dich als Startup oder Unternehmer oder auch Solo-Selbstständiger durchaus interessant sein. Und wir schauen uns das an. Es sind drei Benefits hinzugekommen, neben den ganzen anderen Leistungen, die es noch gibt. Aber was erwartet uns da genau? Also wir haben einmal Sixth Plus Autoguthaben. Das bedeutet, du kriegst einen Zuschuss monatlich auf einen Sixth Plus Wagen. Ich wollte schon fast sagen Mietwagen. Leasing ist es auch nicht, Finanzierung ist es auch nicht. Es ist ein Auto-Abo. Du kannst es abschließen von einem Monatelaufzeit bis sogar zwölf Monatelaufzeit. Je länger die Laufzeit ist und du dich an die Laufzeit bindest, desto günstiger wird natürlich der monatliche Preis. Aber wenn du voll flexibel sein willst, dann nimmst du es einen Monat. Dann hast du zwar die teurere Rate, aber brauchst du im nächsten Monat nicht das Auto bezahlen, obwohl es vielleicht dann gar nicht nutzt. Ja, wie funktioniert das genau? Du bekommst im Jahr 240 Euro Sixth Plus Guthaben. Und das kannst du dann eben auf 20 Euro pro Monat, also für zwölf Monate, aufteilen und bekommst diese Gutschrift, wenn du eben dieses Sixth Plus Auto Abo nutzt. Also wie gesagt, mit dem Auto Abo kannst du dir monatsweise ein Auto anmieten, ohne darüber hinausgehende Verpflichtungen. Du kannst natürlich auch eine längere Laufzeit wählen, dann wird es preislich günstiger, aber dann bindest du dich eben halt auch bis zu zwölf Monate daran. Jetzt muss man natürlich schauen, 20 Euro werden im Monat gut geschrieben. Diese Autoabos gehen ab 500 Euro im Monat los, je nachdem, was für ein Fahrzeug und was für eine Laufzeit du wählst. Die 20 Euro, die werden dich jetzt auch nicht reich machen und sagen, okay, damit kannst du dir sofort ein Auto holen, du brauchst kein Geld zuzahlen. Das ist natürlich nicht so, sondern es nimmt dir aber einen kleinen Brocken von der Last ab, die gerade als angehender Unternehmer vielleicht für dich eine gute Unterstützung sein können, ohne gleich ein Auto mieten, leasen oder kaufen zu müssen. Also von daher, das ist eine gute Möglichkeit, zumindest falls man diesen Benefit nutzt. Bist du jetzt natürlich zum Beispiel komplett in irgendeiner Großstadt unterwegs, wo du vielleicht gar kein Auto brauchst, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, dann gibt es noch zwei weitere Vorteile. Und zwar gibt es eine Mischung aus Coworking Spaces, Konferenzräume, anbietbare Schreibtische, also sprich ein Büro, das du dir anbieten kannst, entweder physisch oder virtuell, also virtuell als Geschäftsadresse und oder einen Telefonservice, also eine Sekretärin, eine echte Sekretärin am Telefon, die deine Anrufe entgegnimmt, dass du halt eben gerade am Anfang ja kein zusätzliches Personal einstellen musst, sondern du kannst es eben hier mit dazunehmen als Dienstleistung. Und das ist natürlich eine coole Sache. Ja, und das Ganze teilt sich auf in 300 Euro Guthaben, und zwar zweimal. Einmal für E-Büro, das ist ein Dienstleistung, wo du hier den Telefonservice bekommen kannst, plus eben auch noch teilweise Konferenzräume anmieten kannst, Coworking Spaces nutzen kannst oder halt auch Geschäftsadresse in der Toplage zur Verfügung gestellt bekommst, gegen Cash natürlich oder gegen als Dienstleistung. Und dafür kannst du eben diese 300 Euro jährlich nutzen. Die Dienstleistungen, die fangen ab 20 Euro aufwärts an, je nachdem, ob du einen Schreibtisch einmal im Monat benötigst, um virtuell einen Tag dazu ab oder vor Ort einen Tag zu arbeiten oder eben eine Geschäftsadresse. Da fängt es, wie gesagt, ab 20 Euro aufwärts an. Die 300 Euro, ja, die kannst du natürlich nutzen, die dir dann eben den Start leichter machen, ohne dass du halt ein eigenes Büro anbieten musst oder von zu Hause aus arbeiten musst. Also von daher, das kann eine gelungene Abwechslung sein. Das andere ist das 300 Euro Office-Club-Guthaben. Das ist im Prinzip was Ähnliches. Da kannst du zwar kein Telefonservice buchen, aber halt eben auch eine Adresse, Konferenzräume, Coworking Spaces. Ja, die Schnittmenge ist relativ ähnlich von den Leistungen, die da angeboten werden. Das heißt, in Summe 600 Euro im Jahr. Wie gesagt, wenn du halt eben nicht von der Heim aus arbeiten möchtest, sondern eben ein eigenes Büro haben willst und zwar nicht irgendwie 24-7, sondern tageweise oder wochenweise, dann ist es natürlich eine gute Alternative. Also wie gesagt, gerade wenn du dich in der Start-up-Phase befindest oder auch wenn du so Einzelunternehmer bist, selbstständig bist, Freiberufler und einfach mal die Abwechslung haben möchtest von dem Home-Office-Büro, nämlich in einer anderen Umgebung oder wenn du auch Kunden empfangen möchtest. Ja, du kannst ja Konferenzräume anbieten. Das ist natürlich eine coole Sache, abgesehen mal von einer Geschäftsadresse in der Top-Lage, die du da doch verwenden kannst. Also von daher, das alles können mögliche Benefits sein. Die musst du für dich natürlich durchrechnen. Wie gesagt, wenn du gar kein Auto brauchst, dann bringt dir das 6-plus-Guthaben nicht viel. Wenn du kein eigenes Büro brauchst, weil du schon ein Office hast mit, keine Ahnung, fünf Räumen mit fünf Büroräumen und drei Angestellten, dann brauchst du auch kein Coworking-Space erst mal. Wenn du aber halt gerade in der Startphase bist und da hat man genug Organisatorisches zu tun, dann kann dir halt eine von diesen Dienstleistungen da ein bisschen unter die Arme greifen und dir eben den Coworking-Space, die Adresse anbieten oder eben ein Fahrzeug. Dann gibt es diverse Möglichkeiten. Also von daher, schau dir das genauer an. Ich verlinke dir auch nochmal hier oben das Video zu den Neuerungen der MX Platinum Business Kreditkarte, die eben vor wenigen Wochen eingetreten sind. Und damit kannst du einfach nochmal schauen, welche Benefits gibt es überhaupt. Aber was ich noch als wichtigstes Benefit für dich zusammenfassen möchte, ist, du kannst die Kreditkarte nutzen, um Punkte zu sammeln. Also einmal Punkte über den Willkommensbonus. Aktuell jetzt bis 5. November 2024 gibt es gerade eine Aktion mit 75.000 Punkten als Willkommensbonus. Dazu musst du einen Mindestumsatz von 15.000 Euro erreichen in den ersten drei Monaten. Und in den folgenden drei Monaten brauchst du nochmal 20.000 Euro Mindestumsatz. Und dann schaffst du es nochmal, 25.000 Punkte und top dazu freizuschalten. Also in Summe kriegst du 100.000 Punkte. Und das ist natürlich eine coole Sache. Setzt aber voraus, dass du die entsprechenden Umsätze auch hast. Also wenn du die Kreditkarte noch gar nicht so groß nutzen kannst, weil du gar keine großen Ausgaben hast, ist dann natürlich cool, weil dann kannst du schneller wachsen als Einzelunternehmer oder als Selbstständiger oder als Start-up. Aber dann bringt dir natürlich der Bonus erstmal nicht so viel, weil der in nicht greifbare Nähe rückt, sondern eher Abstand von dir nimmt und dann ist es schwieriger. Aber wenn du es schaffst, diese Umsätze zu tätigen, und es können diverse Ausgaben sein, es können Werbeausgaben sein, es können natürlich auch Anmietungen für eben die genannten Konferenzräume sein, wie auch immer, wenn du da auf Umsätze kommst, dann kann dir das natürlich unheimlich helfen, diesen Startbonus freizuschalten, den Willkommensbonus. Und mit 100.000 Punkten kannst du theoretisch schon mal von Deutschland in die Emirate fliegen. Ja, das geht in der Business Class logischerweise, aber halt jetzt nicht irgendwie zu dritt als Familie, sondern erstmal du alleine. Du kommst damit gerade so, wenn du Glück hast, je nachdem von wo aus du abfliegst, auch wieder zurück in der Business Class. Wenn du länger Strecken hast über die Emirate hinaus, dann wird es natürlich teurer, dann reichen dir diese 100.000 Punkte nicht mehr. Aber die sind wirklich ein guter Startbonus, denn du kannst dann, wie gesagt, über die weiteren Ausgaben noch weitere Punkte sammeln. Auch über den Mindestumsatz kriegst du ja auch schon Punkte. Also ein Euro Umsatz bedeutet einen Punkt. Wenn du den Turbo aktivierst, sogar 1,5 Punkte. Aber achte, der geht auch noch bis 40.000 Euro, dann ist der aufgebraucht. Dann hast du halt eben die Möglichkeit, noch viele weitere Tausende von Punkten monatlich dazu zu sammeln. Und dann bekommst du ein schönes Polster, eine Punktekonto. Und die Punkte wiederum, die kannst du natürlich in diverse Vielfliegerprogramme übertragen. Dort kannst du wiederum deine Business- oder First Class-Flüge buchen. Wie gesagt, ich will dir die Illusion nehmen, mit 100.000 Punkten wirst du noch nicht First Class dreimal um die Welt fliegen. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist wirklich ein guter Startbonus, um darauf aufbauend weiter zu sammeln. Also das kann ich grundsätzlich empfehlen. Wie gesagt, ich habe dir vorhin ja das Video verlinkt, wo nochmal alle Benefits aufgelistet sind. Aber auch nicht nur Benefits, sondern auch die Vor- und Nachteile. Nachteile muss man auch offen kommunizieren. Und das habe ich ja hier mit eigentlich gemacht, nämlich mit dem Mindestumsatz. Das ist wirklich eine Hürde, die solltest du nehmen können. Sonst bringt der den Willkommensbonus nichts. Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass die Kreditkarte dann nichts für ist. Aber wir wollen ja die Leistungen von solchen Karten maximieren. Natürlich, wir wollen die möglichst gut ausnutzen. Denn die Karte, muss man ehrlicherweise auch sagen, kostet natürlich ein bisschen Geld. Und zwar 850 Euro Jahresgebühr. Wie gesagt, du hast da noch viele andere Vorteile dabei. Da habe ich in einem separaten Video dir verlinkt. Aber das muss ich natürlich rechnen. Und deshalb, wie gesagt, nicht einfach nur als Prestige die Karte haben, damit du die hast. Sondern du solltest dir die ganzen Vorteile, die dir zur Verfügung stehen, auch nutzen können. Und wenn du das halt eben schaffst, diese zweimal 300 Euro Office-Guthaben, also für diesen Office-Club und E-Büro, dieses Six-Plus-Guthaben, da gibt es noch Dell-Guthaben 200 Euro, ja, für Dell, Computer, Hardware, Software, was die bei Dell alles verkaufen. Und damit hast du natürlich schon mal echt ein gutes Polster. Denn wenn du das alles nutzt, plus nochmal 200 Euro Reiseguthaben, dann hast du über die Guthaben eigentlich schon deine Jahresgebühr wieder draußen. Aber halt eben nur, wenn du die ganzen Guthaben, die dir zur Verfügung stehen, auch vollumfänglich nutzt. Tust du das nicht, sondern nur anteilig, dann musst du wieder gegenrechnen, ob sich das mit der Jahresgebühr rechnet. So, das mal dazu. Wenn du Fragen hast, schreib mich an. Wenn du wissen willst, wie du die Punkte optimalerweise einlösen kannst, schreib mich an. Ich habe auch da die eine oder andere Folge schon dazu. Ich habe auch auf meinem Instagram-Kanal, da kannst du auf jeden Fall auch mal draufgehen. Da habe ich auch die einen oder anderen Videos schon, die dir zeigen, was du mit diesen Punkten konkret als Anwendungsfall machen kannst. Und das ist natürlich sehr interessant, nicht nur die Punkte zu sammeln, sondern auch optimal einzulösen. Denn nur dann kommst du kostengünstig, nicht kostenlos, aber kostengünstig in die Business Class und First Class. Und zwar zum Eko-Preis. Also ein bisschen was muss man schon draufzahlen, aber halt eben deutlich günstiger als die Economy. Und dafür halt Business und First Class um die Welt unterwegs. Also, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mich an. Ansonsten über diesen Link kannst du die Karte natürlich auch beantragen. Ja, ansonsten in den Shownotes, in den Videobeschreibungen steht auch nochmal alles ein bisschen zusammengefasst. Das sind auch nochmal die Links, kannst du draufgehen. Und damit sage ich erstmal vielen Dank, dass du bis dahin dran geblieben bist. Ich möchte dich natürlich hier ein bisschen supporten. Transparent, offen und ehrlich die Vor- und Nachteile von solchen Karten aufzuzeigen. Aber wie gesagt, am besten schaue es dir nochmal individuell für dich an und entscheide für dich persönlich, ob es passt oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal.